Warte, warte, sag nochmal von euch. Ne, das will ich nicht mehr, ich fühle mich jetzt gut drängt. Okay, du warst jetzt so bei Netto und hast du Energydrinks gesehen. Und dann, was hast du so mit den Energydrinks gemacht? Ne, jetzt hab ich Angst. Ne, dann stand so ein Typ daneben und dann mit so, oh im Angebot. Steh so. Ja. Da kann man gut sparen und dann da ist irgendwie alle so einen ganzen Wagen vollgemacht. Die sind ja im Angebot, hm. Ach, deswegen. Okay. Ah, wie witzig. Ich hab mich so vor ein paar Monaten auf dem Getränkemarkt dir so, Oh, sonst der Energydrink im Angebot. Dann nimmst du mal so 10 Milzen. Hätte das der D so gesagt? Ja, nein. Ne, das hab ich vor ein paar Monaten. Warum wirst du jetzt mal aufhören lassen? Geh weg! So viel Energydrinks trinke ich gar nicht. Lass mich, tue ich. Ich mach die Tür auf. Mach mal Licht an. Blischt, blischt. Blischt an. Geht das? Ich bin ans Tageslicht gekommen. Was? Mein Gott. Ich hab mich verwirrt. Ich kann nicht sehen. Ey, ich hab voll die Map schon raus, Alter. Ich weiß nicht. Die Map ist ziemlich groß, die ist mehrstöckig und alles. Ja, aber die ist nicht so groß, die ist ziemlich klein. Oh, wer ist da gegenüber von mir? Hallo Max. Das Problem ist, du musst den Waffenkeller finden. Ah, hier ist er. Hallo. Hallo Mooka. Da unten ist ja auch noch was. Mooka? Ja, bitte. Ich dachte schon, du verfolgst mich da mit deiner Todhunte. Aua. War's im Traitor-Shop da? Boah, da oben wächst auch ein Baum durch die Scheibe. Oh, das ist ja richtig gut. Hi Fabi. Faut jetzt einfach mal an. Keine Lesung. Fabi, äh. Was ist denn? Wo? Hi Parry. Mooka schießt doch nicht. Ey ey, komm mal her Max, komm mal her. Ich glaub, die sind hier unten. Oh, assist. Geh weg mit diesen teuflichen... Ah! Weiß nicht. Weiß nicht. Nein, das war eine Sniper. War von wo? Ich weiß nicht, so gefühlt aus der Richtung irgendwo. Oh, Mooka. Hi. Hi. Fabi nicht. Mooka. Sonst. Mooka Kau ist... Ich hab Mooka gerade gekillt. Ich hab Mooka gerade gekillt. Oh nein! Oh nein! Wie asozial ist das denn? Nicht gut. Was ist passiert? Nix. Ich leise mir gleich mal nächste Runde. Ferry? Ferry? Achso, der... Warte mal, warte mal kurz. Ferry? Ich geb dir was, weil sonst... ...krieg ich wieder den Anschiss. Dass ich sowas dabei habe. Boah, ich geb dir den Tipp. Halt er mir auch schon mal nach meiner Leiche und guck dann drüben. Doch! Drauf gucken und E drücken eigentlich. Nein, kann ich nicht. Achso, du hast schon alles. Ich weiß. Richtig mies, ey. Wie geil, in den Kisten liegen hier überall Waffen drin. Wir hatten hier... Max, warum hast du eigentlich schon wieder kein Leben? Was? Weil ich von irgendeiner Sniper angeschossen wurde. Und das Sniper. Wow, Munition, ey. Endlich. Ich hab hier keinen Sniper, der... Dieser Camper war mit mir, ne? Oh, jetzt hat er einen gewittert. Oh mein Gott. Aber er wurde noch nicht erkannt. Ey, Mucker, ne? Wenn du von Fabi in das gegenüberliegende Haus guckst. Da, wo es nur nach oben geht, die Tür. Und wo Matze gerade ist. Du hast ein cooler Raum. Ich bin noch am Leben. Da, wo Matze gerade war. Oh, Fabi, hier ist es. Wie hast du das? Diese lilanden Teile, die ganzen lilanden Kugeln und so. Was ist das? Erklär mal. Das ist voll wenig halb hin. Ich hab dich noch getroffen. Ich hab da keine lilanden Kugeln. Die lilanden Kugeln sind Teleporter. Ach, da war Blut gespritzt. Siehst du, wo ich korte? Au. Ach so. Also, als ich dich angeblich getroffen hatte. Da hinten. Ein Teleporter. Wenn du da reingehst, dann kommst du unten wieder raus, glaub ich. Ja, da oben die Teile sind so richtig scheiße. Wieso? Wo wurdest du hin teleportiert? Oh, oh. Was? Dum, 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 dum. Da war ein Traitor gerade. Oh, oh. Hä? Wie ging das denn jetzt? Wieso bin ich da ganz gestorben einfach? Was passiert hier? Weiß ich auch nicht. Oh. Wie komm ich denn ganz nah um? Womit man hier denn jetzt hin teleportiert? Hier random irgendwen. Ist das gut? Oh. Du grad... Oh ne, du hast dich nicht getötet gehabt, oder? Ich glaub das gut ist. Einfach mal ausprobieren. Ich hör hier Gas, ich möchte hier raus. Der Linke ist zu. Durch den Linken bin ich grad gelaufen. Ich geh mal durch den Rechten. Jetzt ist der Dächte zu und der Linke offen. Ich bin jetzt in dieser großen Halle gelandet. Achso, mit den Waffen meinst du? Diese eine... Wo man oben durch das Glas durchfallen kann. Ich hab ne Leiche gefunden. Ich hab was aufgeschossen. Jesus tot. Nee, du hast was aufgeschossen. Nee, ich schieß die ganze Zeit an jemand. Nein, geh weg von mir! Auf. Hahaha. Ha-hahaha. ich bin so gewahr zu sehen Lul, ich wollte Prater shoppen Peri hat wieder Geheimdiengefühl ja, war ich vorhin auch schon wer lebt eigentlich nur? alle ich behaupte mal nicht mehr viele oh Leute, ich habe viele Leichen boah, diese Leiter gerade oh, Fabi der Franzose, wer hätte es gedacht? immer der Franzose woher redet ihr alle, wenn ihr tot seid? weil sonst keiner geht, einer muss ja gehen, sonst ist es langweilig wer übertreibst, ach da, ah ich? nix, 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 nix gesagt nix, 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 nix hey, da war ne Traitor-Taste gibt's die Traitor-File? ach, ich bin vor wie sind die letzten die leben ah, dann treppst du dich rum, ich bin dich die ganze Zeit am suchen ich glaube, er weiß selber nicht, wo er gerade ist ich glaube, er weiß selber nicht, wo er gerade ist nix, 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 nix oh, Fabi, du Fro ja, sag mal, du kommst, was da unten ist kräftig, sag mal hallo bring mal da rein, Fabi in dieses, in dieses, in dieses, rostige Teil da das 4-Eckige-Cocktile ne, ich sterbe jetzt viel schöner ne, ich sterbe jetzt viel schöner er wird gebraten gebratener Franzose weg der Frosch nix nix das ist das Franzosen-Spurchen das sie nach Vorspeck von Moritz hat er das am allerwenigsten erwartet dass ich dich verrate ja, dass du, ja nicht, dass du mich verrast ja, dass ich dich beleidige ja, genau das oh, was ist das hier für ein Raum? das müsstest du eigentlich gewohnt sein gewohnt bin ich, ist aber nicht von dir wie ne, so ist es ne, so ist es scheiße aber das hat sich so angeboten eben gerade das war auch nix Max Bar ist es auch so Max Bar, bist du es oder bist du es nicht? ich bin geflogen bist du es oder bist du es nicht? weg mit deinem scheiß Gerät da oben bist du es oder bist du es nicht? weg mit dein scheiß Gerät da oben Max Bar ist es Fabi, warum schießt du mit der Golde damit nicht? das ist doch das ist doch Schwachsinn dann ist die so der letzte einen habe ich schon eliminiert der nächste ist Fabi hat sich selbst eliminiert indem er auf mich geschossen hat mit der Golde dann oh, der Franzose das sind halt Franzosen-Taktiks also ist halt so warte, bleib da auf deiner Seite und ich bleib hier und somit ich bin auch noch am Leben du tötest dich da eh wieder selber hm wo ist eigentlich Perry? oder ist Perry der Erste gewesen? ey, wo bin ich hier? ich weiß noch ich weiß noch ich glaub das war der D so ne der Luca war das einfach mitten wo fünf Leute da standen killt der einfach ein und geht weg und keiner ist keinem ist das aufgefallen ich glaube ich werde ja nie wieder wegkommen was ist das? das bin ich ich hab nur noch das Glas kaputt geschossen als ich das lesen konnte oh fuck da bist du oh fuck da bist du ja ich bekomm mir überhaupt nichts irgendwie oh neins wollte ich hauen cool jetzt bin ich wieder hier fuck ey Mensch Matze was für eine Unterstützung von dir bei Dustin ich hab auf ihn geschossen ja das war nicht so schön oh what? wie hast du mich getroffen alter? was? ich glaub ich glaub ich glaub Matze er war jetzt Traitor wieso war jetzt nur ein Traitor da? der zweite war Max Barr war der zweite hab ich ja gesagt nö niemals ne guck doch man der ist noch der ist normal Max Barr ist der andere Traitor gewesen wer war? Max Barr wie war ich doch ja der wurde mir nicht angezeigt ja ich hab eben grad nochmal geguckt gehabt ey Perios hat sich echt angeboten ey da dass ich gesehen wurde was mit Til sagt es schade dass ich gesehen wurde weißt du steht mitten auf der Map und fängt an so einem Headshot zu geben ja komm sonst wär er sowieso in Tod gefallen oder hättest du's raus geschafft dieser 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 was ist das denn? ok und wer ist da noch? bei dieser alter was ist das? ey Luca guck mal hier super ja da war ich auch vorhin dann komm ich nicht mehr raus dank jemand ist gestorben über Schüsse wow Perry oder Luca einer von euch beiden Perry ja Matze kanns auch sein Luca wo ist das? Luca war's Luca ist es Luca und Matze was? Matze ist der zweite Kollege weil der Luca beschützt hat ja Matze der ist da unten irgendwo das ist Max Barr das ist Max Barr das ist Max Barr Carst was vor Ränz du bist? hä? ich bin eben grad nicht einmal geschossen ja du fahrst aber noch in dem Raum und hast gleich durch den Raum ich hab geguckt was das ist und was das war ich wollte gucken was hier mit diesem Raum da ist ich war dem Raum drinnen ja was ist das denn eigentlich? ja ich glaub das ist so ein irgendwie eins killen oder? ne ich glaub das ist ein Tester und da wäre ich ja tot könnte ein Tester sein ja aber ich hab noch nicht herausgefunden wie ich glaub du musst dich in die letzte Kamera stellen wir in der letzten Kamera da blinkte mal also da war ein grünes Licht yo Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video und unten den letzten TTT Part haut raus